Der Sommer beginnt, die Gäste treffen ein. Sir, guten Abend. Setzen Sie sich zu uns. Ist sie nicht bezaubernd? Nur wenn ich an Sie denke, fängt mein Herz an zu rasen. Nicht so schüchtern, meine Liebe. Er ist berühmt, aber hat eine einfache Seele. Boris Trigorin ist so berühmt und sieht so jung aus. Er ist jung und erfolgreich, reib es mir nicht unter die Nase. Die perfekte Bühne... Oh, hallo. Hallo. Mit wem hast du gerade geredet? War es Nina? Ja, für ein kleines Familiendrama. Hast du Nina gesehen? Sie ist mit Boris zum See gegangen. Es passiert nicht oft, dass ich einer jungen, interessanten Frau begegne. Was ist das für ein Gefühl, so berühmt zu sein? Masche. Warum ist mein Sohn so depressiv? Sein Herz ist verletzt. Was hat das zu bedeuten? Konstantin! Ich liebe Konstantin. Oh Gott. Dieses wundervolle Gesicht und diese fabelhafte Stimme. Sie müssen auf eine Bühne, hören Sie. Wenn Sie wüssten, wie ich Sie beneide. Sie sind glücklich. Ich bitte dich, großzügig zu sein. Lass mich gehen. Ach, bist du so fasziniert von ihr? Warum tragen Sie immer schwarz? Ich bin ein Trauer. Um mein Leben. Ich bin also der Grund dafür, dass du seit 20 Jahren so schrecklich unglücklich bist. Unglücklich bin ich erst seit etwa zehn Jahren. Ich bin eine Frau, wie alle anderen auch. Jetzt könntest du beweisen, dass du anders als die anderen bist. Wisst ihr noch, wie herrlich das Lachen und der Trubel waren? Und die vielen Liebesgeschichten. Es gab so viele Liebesgeschichten. Das Seagal, eine unerhörte Liebe. Ich hab mich entschieden, mir diese quälende Liebe aus dem Herzen zu reißen. Und wie wollen Sie das anstellen? Ganz einfach, indem ich heirate. Das Seagal, eine unerhörte Liebe.